Diese Karikatur könnte alle paar Wochen auf der Titelseite der Frankfurter Allgemeinen Zeitung stehen. Achim Gräser und Heribert Lenz haben mit Igor, richten Sie einen Blutbad an, eine wunderbare Situation geschaffen, die wirklich alles enthält, was man über Putin und seinen Angriff und über die Einstellung von Putin zu seinen Untergebenen, zu den Menschen in Russland eigentlich zur ganzen Welt wissen muss. Da ist dieser kleine Mann im Bademantel, der vor sich hinschlappt auf einem roten Teppich, blutroten Teppich und einem Untergebenen mal eben erklärt, Igor, richten Sie ein Blutbad an. Die Brutalität dieser Szene kann man überhaupt nicht unterschätzen. Während Putin auch zu erkennen ist, ist der Igor eine pure Charge mit rausgedrückter Brust, also eine Quantité negligible. Diese Karikatur ist zu Recht die Nummer eins. Jungs, herzlichen Glückwunsch!